Kapitel 44 Harry hielt kurz inne, bevor er die Haupttüre der Kammer des Schreckens öffnete, und drehte sich zu Ron und Hermine. Keiner von ihnen war vorher dort gewesen, und er war sich nicht sicher, ob sie wirklich darauf vorbereitet waren, die Überreste des Basilisken zu sehen. Darüber zu wissen und es dann wirklich zu sehen, sind zwei verschiedene Dinge. »Mach schon weiter, Harry«, sagte Ron. Harry nickte ihm zu, obwohl seine Brauen zusammengezogen waren. Mit dem Aufdrücken der Türen zur Kammer ließ er sie hinein, während in ihm seine Erinnerung wieder auffallte. Doch dieses Mal konzentrierte er sich nur auf sein Umfeld. »Heilige Scheiße«, hauchte Ron. »Das da hast du getötet?«, flüsterte Hermine mit weit aufgerissenen Augen. Ihr Blick schoss zu Harry. »Und du warst erst zwölf«, quiekte sie. Harry zuckte nur mit den Schultern und sah zu, wie sich Hermines Augen wieder auf den Basilisken richteten. Er verstand das Bedürfnis, was sie da sahen, in sich aufzunehmen. Er nahm an, dass sie es ihm übel nehmen würden, wenn er sie auf die Blutflecken, auf den Steinen hinweisen würde, wo er neben Ginny hingefallen war. Sie war beinahe tot. Das wäre wahrscheinlich zu viele Details, und außerdem wussten sie ja auch, was wirklich geschehen war. »Du hast Ginny hierher zurückgebracht?«, fragte Ron. »Ich musste«, sagte Harry leise. Ron nickte nur, und seine Augen waren immer noch auf die riesige Schlange gerichtet. »Wenn es für uns ein Schock ist, das hier alles zu sehen, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie es für dich und Ginny gewesen sein musste, nach einer derart langen Zeit wieder hier zu sein«, meinte Hermine und drehte sich zu ihm um. »Uns ging es gut«, meinte Harry und drehte die Wahrheit wissentlich, doch letztendlich hatten sie ihre Aufgabe erfolgreich hinter sich gebracht und sind gut genug durchgekommen. Hermine blickte ihn verständnisvoll an, doch sie hatte nicht das Bedürfnis, ihm ihre Gedanken zu verraten. »Ron und ich hatten nur davon erzählt bekommen, was hier passiert war. Du und Ginny, ihr habt die Kammer des Schreckens überlebt.« »Eher Kammer des Horrors«, murmelte Ron. Harry grinste. »Das hier ist nicht gerade der angenehmste Ort«, stimmte er zu. Ron seufzte schwer und blickte Harry mit einem kleinen, kläglichen Lächeln an. »Du und Ginny, ihr seid starke, mutige Gryffindors, ja?« »Ja, das sind wir«, fand auch Harry und wusste, dass ihm verziehen worden war, nachdem er Ginny an diesen entsetzlichen Ort zurückgebracht hatte. Hermines Augen waren voller Verstehen. »Ich vergesse manchmal, wie viel du schon gemacht hast. Es ist kein Wunder, dass dich die Fragerei nervt, wenn du ganz offensichtlich auf dich selbst aufpassen kannst.« Sie zeigte auf den Basilisken und ihr Gesicht verzog sich zu einer Grimasse. »Wenn du damit fertig geworden bist«, »mit zwölf«, sagte sie und ihre Stimme verlor sich in einem Erschauern. »Haben wir kein Recht, dich zu hinterfragen«, beendete Ron ihren Satz. »Oder Ginny«, fügte Hermine sanft hinzu. Ron verzog eine Grimasse. »Oder Ginny«, stimmte er widerwillig zu. »Ich weiß auch nicht, warum wir uns beschweren. Du würdest doch alles tun, um sie zu beschützen. Du bist ihr Ritter in glänzender Rüstung«, ergänzte sie neckend. Harry starrte sie an und war beunruhigt. »Hermine, du weißt doch, dass Ginny und ich nicht mehr zusammenkommen werden, oder?« »Oh, ich weiß. Ginny und ich hatten erst kürzlich ein sehr langes Gespräch. Und ich verstehe, dass ihr eher wie Bruder und Schwester zueinander steht. Ron ist derjenige, der darauf besteht, dass ihr zusammen sein solltet.« »Nein, das tue ich nicht«, widersprach Ron. Hermine blinzelte. »Tust du nicht?« »Nein«, bekräftigte Ron und legte einen Arm um Harrys Schulter als Geste der Solidarität. »Ich finde, dass Harry treffen sollte, wen immer er will.« Harry wurde von Wärme durchströmt. Ein ausgesprochen ungewohntes Gefühl. Einerseits fühlte er sich warm, weil Ron ihn unterstützte, mit einem Jungen zusammen zu sein, und auch wenn Ron keine Ahnung hatte, dass der besagte Kerl Draco war. In Anbetracht des überraschten Gesichts von Hermine hatte es Ron geschafft, sein Geheimnis, das er mit jemandem ging, zu wahren. Hermine starrte die beiden argwünnig an. »Gibt es da etwas, was ihr mir sagen wollt?« »Ähm, der Tag wird nicht kürzer?«, schlug Harry vor und zwang sich zu einem unschuldigen Lächeln. Sein Lächeln wurde ehrlicher, als er zusah, wie sich Hermines Gesichtsausdruck veränderte. Man konnte richtgehend sehen, wie sie ihm gerne weitere Fragen stellen wollte, doch gleichzeitig konnte sie auch nicht von ihrem Zugeständnis abweichen, dass sie seine Verärgerung über zu viele Fragen verstand. Hermine blickte ihn abwartend an, nickte dann aber akzeptierend. »Gut, gehen wir dann zum Braun«, meinte sie barsch und beäugte wieder den Basilisken. »Denkt ihr beiden, dass ihr es schafft, das Gift herauszulösen?« Ron und Harry verzogen eine Grimasse, auch wenn sie zustimmend nickten. Hermine ging vor dem Kadaver so weit weg, wie sie konnte, und fing an, einen Kessel und Zubehör abzuladen, um alles griffbereit auszulegen. »Wie sollen wir das hier machen?«, wisperte Harry und hoffte, Hermine würde ihn nicht hören. Ron sah ein wenig grün aus und Harry selbst sah auch nicht besser aus. Ron schluckte schwer. Hermine nimmt an, dass womöglich noch genug Gift im anderen Giftzahn sein könnte. Wir müssen den nur herausbrechen und vorsichtig sein, das Gift nicht zu verlieren. »Richtig, weil Fangzähne hohl sind«, sagte Harry und starrte den riesigen Mund und die extrem scharfen Zähne des Basilisken an. Er tauschte mit Ron einen Blick aus, als ihnen klar geworden war, was er da gesagt hatte, und die beiden blickten zurück zu Hermine, ob sie sie gehört hat. Sie hatte ihnen einen zehnminütigen Vortrag darüber gehalten, dass Zähne von Schlangen nicht wirklich hohl seien, sondern dass sich ein Kanal darin befände, welches von der Giftdrüse bis zur Spitze der Giftzähne verlief, von wo aus die Schlange ihr Gift freigebe. Sie wussten jetzt viel mehr darüber, als ihnen lieb war. Ron sah zurück zu Harry. »Ja, hol«, wisperte er. Die beiden hofften inständig, dass es noch genug Gift im Fangzahn geben würde, da sie keine Lust hatten, die Giftdrüse aus dem Tier herauszuziehen. Harrys Magen grollte unangenehm, allein schon bei dem Gedanken an diese Möglichkeit. »Ich schneide es ab«, meinte Ron grimmig und marschierte entschlossen vor. Er wusste nicht, dass Harry inzwischen seinen eigenen Dolch bei sich trug, daher hatte sich Ron für alle Fälle einen von Charlie ausgeliehen. Harry starrte auf den Fangzahn, während er sich näherte und angestrengt versuchte, nicht auf den abgebrochenen Zahn auf der anderen Seite des Kopfes hinzusehen. Er fasste um den weichen Knochen und hielt ihn fest, als Ron anfing zu schneiden. Schließlich machten sie ihn mit einem endgültigen Ruck los und starrten hinein. Sie tauschten Blicke aus und erschauerten. Für sie sah es nach Gift aus. Vorsichtig trugen sie alles zu Hermine zurück und sie untersuchte es, bevor sie ihnen einen bestätigenden Blick schenkte. »Perfekt«, deklarierte sie. Harry und Ron stellten sich etwas weiter weg von Hermine, die vorsichtig abwog, eingoss und rührte. Fünfzehn Minuten später ließ sie ab und nickte zufrieden, als der Kessel zischte, mit einem fauligen grünen Gebräu blubberte und schwaden übel riechenden Gases abgab. »Und du bist dir sicher, dass der Gestank uns nicht umbringen wird?« fragte Ron und sprach damit Harrys Gedanken laut aus. »Nicht so lange, wie ihn nicht berühren«, antwortete Hermine. Ron und Harry traten beide einen Schritt zurück. »Es ist zum Zerstören von Hochruxen vorgesehen«, erklärte Hermine und entfernte sich ebenfalls vorsichtig vom Kessel. Harry lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Steinstatue von Salazar Slyssowin. Den letzten Hochrux mussten sie erst noch holen. Hermine und Ron standen hinter ihm, als er den Mund anwies, sich zu öffnen, und er anfing, hochzuklettern. Ohne weiteres Zögern rutschte er den Tunnel hinunter und machte sich daran, die Fackeln zu entzünden. »Warum entzündet sich die eine hier nicht von alleine? Bei den anderen ging es doch auch«, fragte Ron. Harry zuckte nur die Schultern. »Ich denke, dass es von der einen, die sich nicht entzündet, ablenken soll.« Auf den kommenden Teil freute sich Harry noch viel weniger als auf das Sicherstellen des Basilistengiftes und öffnete widerstrebend die kleine Kammer. Alle drei standen da und starrten den Spiegel auf dem Tisch an. »Sieht eigentlich ganz harmlos aus«, brach Ron ihr Schweigen. Harry verzog eine Grimasse. Er fürchtete sich noch immer, das verdammte Ding anzufassen, und er sah Hermine zu, die im gesamten Raum herumging und erst stehen blieb, um den Stein auf dem weiter weg stehenden Regal zu begutachten. Sie wandte einige Sprüche darauf an, bevor sie ihn schließlich in einen Tiegel schob. »Jetzt können wir den hier zusammen auch mit den Hochruxen zerstören«, erklärte sie. Harry nahm sie beim Wort. Sie war diejenige, die alle Nachforschungen bezüglich dieses Themas gemacht hatte. Er war froh, dass es keinen Fluch mehr auf dem Posten des Lehrers für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste geben wird. Doch das war nicht, weswegen sie hier waren. Sein Blick lag wieder auf dem Spiegel. »Ich denke, du kannst ihn gefahrlos aufheben«, sagte Hermine. »Du denkst? Du bist dir nicht sicher, willst aber, dass Harry ihn trotzdem aufhebt«, rieb Ron aus. »Es gibt keine Schutzmagie um ihn herum«, verteidigte sich Hermine. »Nicht wie beim Becher oder dem Medaillon. Wir können ihn hochnehmen und anfassen, so wie die anderen auch. Wir müssen sie nur kurz, bevor wir sie endgültig zerstören, auf weitestgehende Schutzmechanismen prüfen.« Harry merkte, dass sie nicht bereit war, ihn aufzuheben, aber sie hatte Recht. Das hier war seine Pflicht und, wenn er ehrlich war, wollte er auch nicht, dass sie es tat. Er wollte es aber auch nicht selbst tun. Tief durchatmend ging er schließlich ganz in den Raum und hob den Spiegel hoch. Und ließ ihn beinahe gleich wieder fallen, als es in seiner Hand lebendig wurde. Wie die meisten magischen Spiegel konnte auch dieser sprechen. Harry starrte auf das Spiegelbild Tom Riddles, älter als das Abbild aus dem Tagebuch, doch immer noch offensichtlich menschlich. »Wer bist du?«, fragte Tom fordernd. »Hallo, Tom«, schnarrte Harry. Das Abbild blinzelte einmal schockiert. »Du weißt, wer ich bin?« Alte Erinnerungen stürmten auf ihn ein, und Harry spürte eine große Befriedigung, als er Riddles Worte zurückzitierte. »Ja, ich weiß, wer du bist, Tom Riddle«, sagte er kalt, »und ich bin deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.« Tom blickte ihn nochmals abschätzend an. »Du weißt, dass ich Lord Voldemort bin«, murmelte er. Harry schnaubte höhnisch. »Nicht mehr lange«, zischte er, und er erschrak, als Ron plötzlich einen schwarzen Beutel über das eine Ende des Spiegels stülpte und die Spiegelfläche damit effektiv verhüllte. »Lass los, Harry«, befahl Ron, und seine Stimme zitterte ein wenig. Harry ließ den Spiegel ganz in den Beutel hineinfallen. Ron zog den Beutel mit der Schnur mit einem Seufzen der Erleichterung zu. »Auf wie viele verschiedene Formen von ihm bist du schon getroffen?«, fragte Ron. »Einige«, gestand Harry und blickte den Beutel an. Hermine ließ ein hörbares Ausatmen hören. »Lasst es uns hinter uns bringen!« Harry musste Forks rufen, da sie sich nicht darum gekümmert hatten, ihre Besen mitzubringen. Der Phönix setzte sie zurück auf den Boden der Hauptkammer ab, und zu Harrys Überraschung verließ er sie nicht wieder. Stattdessen flog Forks zur Statue und setzte sich auf sie. »Er sieht so aus, als ob er auf uns aufpassen würde«, wisperte Ron. »Glaubt ihr, dass es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Hermine nervös und blickte auf den vor sich hin simmernden Kessel. Harry atmete schwer aus. »Merlin, er wird froh sein, wenn das alles vorbei ist.« Er holte die anderen Hochkruxe aus seinem Rucksack und legte den Becher und das Medaillon auf den Steinboden. Dann nahm er den Beutel von Ron und schüttelte den Spiegel neben die anderen, froh, dass es anscheinend nur dann lebendig wurde, wenn man es anfasste. Hermine hatte aus ihrer eigenen Tasche ein Pergament hervorgeholt und sie fing die komplette Liste aller Ausspürzauber, die sie aus dem Buch übersetzt hatten, durchzugehen. Hermine sprach sie in Englisch vor, während Harry zwischen Basilisk und Hochkruxe hin und her blickte und die Zauber in Parsel wiederholte. Es war eine langweilige Angelegenheit, doch ihre Bemühungen zahlten sich aus, als sie die tiefen Schutzzauber, die Voldemort über die Hochkruxe gelegt hatte, entdeckt hatten. Ein Versuch, sie ohne Aufhebung dieser Schutzmechanismen zu zerstören, würde eine gefährliche Rückkopplung hervorrufen. Und Harry wollte nicht, da es sein Arm genauso wie bei Dumbledore endete. Er weigerte sich tiefer, darüber nachzudenken, dass, wenn Dumbledore Puzzle gekonnt hätte, er wahrscheinlich nicht verletzt worden und auch nicht gestorben wäre. Harry kniff gegen die Flammen von Schmerz und Bedauern seiner Augen zu. Als er sie öffnete, funkelte er verbittert und hasserfüllt den Spiegel an. »Harry, bist du bereit für den Gegenzauber?«, fragte Hermine sanft. Anscheinend spürte sie seine Gedanken. Er war gut darauf vorbereitet, die dunklen Zauber auszuführen und die Reaktionen würden nicht annähernd so stark ausfallen, wie in dem Brunnen, wo er den magischen Dom über dem Becher zerbrochen hatte. Auch wenn die Gegenzauber nicht gerade wenig Energie verbrauchten. Als er fertig war, reichte ihm Ron ohne Kommentar eine Fiole mit dem Stärkungstrank. »Also, können wir jetzt diese verdammten Teile zerstören?«, fragte er Hermine. Sie nickte und blickte Harry besorgt an. »Ja, die Hochkruxer haben keine weiteren Zauber auf sich, die Nebenwirkungen mit dem Trank erzeugen würden. Der Trank sollte seine Bestimmung gemäß ohne weitere Störungen wirken.« Sie redete noch weiter über den Trank und Harry unterbrach sie nicht. Er hatte das alles schon vorher gehört gehabt und die Pause, die sie ihm gönnte, konnte er brauchen. »Der Trank ist ein säurehaltiger Trank, welchen die Hochkruxer schmelzen wird. Mit den bekannten Auswirkungen von Basiliskengift können wir davon ausgehen, dass in Kombination mit dem Trank alle zerstört werden,« erklärte sie. »Ich habe eine Fiole geschöpft, die wir für Nagini aufheben werden. Für den Rest müssen wir die Hochkruxer nur in den Kessel werfen.« »Also jeder von uns nimmt ein und wir werfen sie gleichzeitig hinein?«, fragte Ron und starrte voller Abscheu in den gurgelnden Kessel. »Ich denke, das wird das Beste sein,« antwortete Hermine. Harry fing an zu diskutieren, doch dann gab er nach. Sie hatten es bis hierher gemeinsam gemacht, und es gab keinen Grund, dass er diesen Teil alleine erledigte, so sehr er auch darauf bestehen wollte. »Warte, wir werden den Stein als erstes zerstören,« rief Hermine, als er den Spiegel aufnehmen wollte. »Das sollte keine große Reaktion hervorrufen.« Harry hob zweifelnd eine Braue, trat aber zurück und sah zu, wie sie vorsichtig den Tiegel über den Kessel kippte und den Stein in das üble Gebräu fallen ließ. Der Trank wallte kurz auf, was wie ein Röpser klang, doch Hermine hatte recht behalten, und es sah nicht so aus, als ob es anderweitig Reaktionen geben würde, auch nachdem sie mehrere Minuten gewartet hatten. »Gut, jetzt die Hochruxe,« sagte Ron nach tiefem Ausatmen. Hermine hob das Medaillon auf und Ron den Becher. Keiner wollte mit dem Spiegel zu tun haben. Harry fasste fest um den Spiegel, wartete, dass er lebendig wurde, so wie zuvor. Er war sich bewusst, dass Ron und Hermine ihn entsetzt ansahen, doch er empfand diese kranke Befriedigung, Tom Riddle bei Bewusstsein in seinen Untergang zu werfen. »Was machst du?« fragte Voldemort befehlend. Harry ging sicher, dass das Spiegelbellt das abscheuliche Gebräu in dem Kessel blubbern sehen konnte. »Zeit für dich zu sterben, Tom,« schnarrte Harry. »Auf drei,« sagte er zu Ron und Hermine, die sich bereits um den Kessel herumpositioniert hatten. Harry ignorierte Toms Schreie, aufzuhören, zählte hinunter, und sie ließen die drei Reliquien in den ätzenden Trank gleiten. Es gurgelte bedrohlich und sie gingen mehrere Schritte zurück, auch wenn sie in morbider Faszination ihre Blicke nicht abwenden konnten. »Lauft!« brüllte Harry, als die Oberfläche anfing, sich zu erheben. Sie drehten sich um und liefen los, doch sie kamen nicht weit. Als die Kammer von einer Explosion mit weißem Licht und Kraft explodierte, wurden alle drei auf den Steinboden geschleudert. Fünf Sekunden. Zehn. Zwanzig. Das Licht wurde weniger und ließ sie erstarrt und wild blinzeln zurück, bis der Raum wieder normal aussah. Harry zuckte zusammen, bei den Schmerz ausgehend von seiner Schulter, als er sich aufsetzte und nach seinen Freunden blickte, um sicher zu gehen, dass es ihnen gut ging. Sie zuckten ebenfalls etwas, als sie sich aufsetzten und drehten sich zum Kessel. Er war überrascht, dass es immer noch blobberte wie zuvor, bevor sie die Hochruxe hineingegeben hatten. Und noch überraschter wurde er, als Fawkes hinunterflog und daneben landete. »Was macht er?« flüsterte Ron. »Er lässt Tränen hineinfallen, denke ich,« sagte Harry verwirrt. »Er neutralisiert das Gift,« antwortete Hermine ihn, »damit es nicht mehr schädlich ist.« Hermine näherte sich vorsichtig dem Kessel, als Fawkes trillerte. Der Trank hatte sich vollständig beruhigt und, als sie ihn umrührte, veränderte er seine Farbe von einem fauligen Grün zu einem hellen Gelb. Trotzdem sah sie sich vor und zog einen dicken Schutzhandschuh über, bevor sie ihre Hand in den Kessel steckte. Sie holte drei nicht erkennbare Klumpen heraus und ließ sie auf den Steinboden fallen, bevor sie den Kesselinhalt verschwinden ließ. Harry starrte sie an. Er könnte benennen, welcher Klumpen was gewesen war, aber nur, weil er sie vor ihrer Zerstörung gesehen hatte. »Auftrag ausgeführt, Kumpel,« murmelte Ron, und in seiner Stimme war große Erleichterung zu hören. »Ja,« stimmte Harry zu und fühlte sich genauso erleichtert. »Jetzt könnten sie mit ihren Plänen weitermachen und hoffentlich würde Voldemort in weniger als fünf Tagen tot sein.« »Geht es euch beiden gut?« fragte Hermine besorgt, jetzt, wo die Gefahr vorbei war. »Ich habe mir mein Knie aufgeschlagen, aber sonst bin ich okay,« erwiderte Ron. »Nur meine Schulter,« antwortete Harry ihr. »Und dein Kopf,« sagte Ron und zeigte auf Harrys Stirn. Überrascht reichte Harry mit seiner Hand hoch und zuckte zusammen bei der großen Beule, die er vorfand. Seine Finger kamen blutverschmiert zurück. »Hast du nicht gemerkt, dass du deinen Kopf aufgeschlagen hast?« fragte Hermine ungläubig. »Ich bin an Kopfschmerzen gewöhnt,« verteidigte sich Harry. »Ich bin nicht daran gewöhnt, dass meine Schulter schmerzt.« Sein Kopf tat weh, doch seine Schulter tat noch mehr weh. Ron und Hermine schüttelten traurig ihre Köpfe. Hermine hatte ebenfalls einige Blutergüsse auf ihrer Seite und sie reichte eine Runde schmerzstillenden Tranks herum, bevor sie packten. Sie waren erleichtert, sobald sie zurück im Sonnenschein in Hogsmeade standen und ignorierten die merkwürdigen Blicke, die ihnen von einigen Passanten zugeworfen wurden. »Gehen wir zuerst zur Wohnung von Fred und George oder direkt zum Fuchsbau?« fragte Ron. Harry schüttelte seinen Kopf. »Ihr solltet euch in der Wohnung der Zwillinge zuerst reinigen, bevor deine Mom euch so sieht. Ich gehe und treffe mich mit Remus.« »Aber Harry, wir müssen über unser weiteres Vorgehen sprechen,« protestierte Hermine. Er hatte es geschafft, gehabt, die meisten ihrer Fragen bezüglich der Ereignisse im Ministerium aufzuschieben und ihnen versprochen, mit ihnen später zu reden. Hermine schien anscheinend später als jetzt verstanden zu haben, nach Beendigung ihrer Aufgabe, doch Harry war nicht in der Stimmung. »Ich weiß bereits, was ich tun werde. Ich werde mich bald mit euch in Verbindung setzen.« Ohne ihnen eine Chance für eine Erwiderung zu gewähren, apparierte er zum Grimmelplatz. Er wusste, dass Ron und Hermine wegen seinem Verschwinden nicht glücklich sein würden, doch es kümmerte ihn nicht sonderlich. Sicherlich wartete auch schon ein Inquisitionskommando zu Hause auf ihn, dem er viel weniger ausweichen konnte. Und alles, was er wirklich wollte, war schlafen. Er trottete hinein und ging entgegen seines besseren Wissens hinunter in die Küche. Er war nicht besonders überrascht, alle dort versammelt vorzufinden, damit beschäftigt, Strategien zu entwickeln. »Harry, was ist passiert?« Ohne sich um Draco zu kümmern, zog Harry eine Fiole heraus und gab sie Severus. »Du musst das hier für mich aufbewahren.« »Harry, was ist das?« fragte Severus scharf. »Säurehaltiges Gift, angereichert mit Basilisken-Gift,« antwortete Harry schwach, »extrem tödlich.« »Ich dachte, du hättest gesagt, dass das, was du heute tun würdest, nicht gefährlich wäre,« sagte Draco und seine Stimme wurde mit jedem Wort lauter. »Offensichtlich habe ich gelogen,« meinte Harry und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Narzissa stand schon neben ihn und wischte ihm mit einem kühlen Tuch über seine Stirn. »Was ist mit deinem Kopf passiert?« fragte sie und untersuchte ihn sorgfältig. Harry ruckte mit seiner Schulter, was ihn wegen dem Schmerz zusammenzucken ließ, und änderte seine Meinung. »Ich bin gefallen, hab mir meinen Kopf aufgeschlagen und meine Schulter verletzt.« Lucius verschwand daraufhin im Tränkelabor, wahrscheinlich um Tränke zusammen zu suchen, während Remus ihm eine Tasse Tee aufbereitete und sie ihm reichte. »Trink«, sagte er, »du siehst aus, als ob du es brauchen könntest.« Er nippte am Tee, während Narzissa heilsauber über seine Stirn legte und sein Gesicht reinigte. Sein Hemd wurde ihm ohne Warnung aufgeschnitten. »Hey!« protestierte er. »Ich muss deine Schulter untersuchen und dein Hemd war sowieso ruiniert,« sagte Narzissa ruhig. Harry blickte hinunter und verzog sein Gesicht beim Zustand seiner Schulter. Es war ernsthaft geschwollen, zerkratzt und ein großer blauer Fleck hatte sich gebildet. »Ich bin ziemlich hart aufgeschlagen,« gab er zu. Narzissa nahm von ihrem Mann die Salbe gegen Blutergüsse und fing an, sie aufzutragen. Lucius gab ihm weitere Tränke zum Trinken und grinste, als Harry den schmerzstellenden Trank als erstes kippte. Severus saß ihm gegenüber und stellte die Fiole mit dem Gift in die Mitte des Tisches. »Erkläre,« befahl er. »Das hier brauche ich für Nagini. Ich habe vor, sie zuerst mit dem Schwert zu töten und dann dieses Gift über die Wunde zu kippen, als zusätzliche Maßnahme, um ganz sicher zu gehen, sie richtig zu vernichten. Ich muss sie zuerst töten, erst dann kann ich Voldemort zerstören. Der Rest meiner Aufgabe wäre damit erledigt.« Entgegen seiner Erschöpfung konnte man die große Befreiung in seiner Stimme hören. »Wer hat das hier gebraut?« fragte Severus. Harry blickte ihn argwünnig an. Hermine natürlich. Ron und ich mussten nur das Basilistengift für sie besorgen. Severus' Augen waren geschlossen und gab einen den Eindruck, dass er um Geduld flehte. »Du musstest mit einem verdammten Basilisten kämpfen?« fragte Draco laut. »Nein, wir mussten nur das Gift von dem, den ich schon früher getötet hatte, holen.« Draco sah ihn erstarrt mit Unglauben an. »Also waren die Gerüchte über das Monster in der Kammer wahr?« stellte Lucius fest. Harry schnarrte ihn an. »Ja, es ist wahr. Trotzdem ist dir nicht zu danken, dass ich das zweite Jahr überlebt habe. »Ich glaube, du weißt, dass ich nur die Weasleys in Misskredit bringen wollte,« sagte Lucius ruhig. Harry hatte keine Lust zu streiten und seufzte schwer. »Ja, ich weiß. Ich weiß auch, dass du sehr schwer bestraft worden bist, dafür, dass du immer noch nicht weißt, welche Bedeutung dieses Tagebuch für Voldemort hatte.« Draco blickte argwöhnisch zwischen seinem Vater und Harry hin und her. »Wieso kommt es mir vor, als ob ich etwas verpasst hätte?« »Weil es so ist,« antwortete Harry einfach. »Draco, wir hatten es nicht für angebracht gehalten, dir gewisse Ereignisse mitzuteilen. Wir dachten, dass du zu jung wärst und je weniger du wüsstest, umso weniger wärst du in Gefahr. Und ich habe dir nichts über die Geschehnisse der Kammer erzählt, weil es nicht zu meinen schönsten Erlebnissen gehört,« sagte Harry, und konnte die Bitterkeit in seiner Stimme nicht heraushalten. Und du verkraftest es nicht so gut, wenn ich deinen Vater einen Mistkerl nenne. Dracos Kiefer spannte sich automatisch an. »In diesem Fall hat Harry recht,« sagte Lucius ruhig zu seinem Sohn. Harry und Draco sahen überrascht zu ihm. Harry schüttelte seinen Kopf. »Seht mal, ich will nicht darüber reden. Es ist geschehen. Es ist vorbei. Ich werde nie wieder zurück in diese verdammte Kammer müssen. Ist es möglich, zur aktuellen Lage zurückzukehren? schnarrte Severus. Harry holte tief Luft. Hermine hat den Trank gebraut. Ron und ich haben das Basilistengift geholt. Ich habe Voldemorts letztes Relikt geholt. Wir haben die darin enthaltenen Schutzmechanismen ausgemacht. Ich habe die Gegenflüche in Puzzle ausgeführt. Wir haben sie in diesem Gift vernichtet. Die Energiewelle der Explosion hat uns alle auf den Boden geworfen. Forks hat das Gift neutralisiert. Wir gingen heim. Erledigt. Oh, und Hermine hat den Fluch auf dem Lehrerposten Verteidigung gegen die dunklen Künste aufgehoben. Professoren werden jetzt länger als ein Jahr unterrichten können. Es gab tatsächlich einen Fluch auf diesem Posten? fragte Severus scharf. Ja, Voldemort war angepisst, als Dumbledore ihm die Anstellung vor Jahren nicht gegeben hatte. Harry erklärte den Fluch auf dem Stein, den sie gefunden hatten und wie Hermine ihn gesichert hatte, bevor sie ihn zerstört hatten, zusammen mit Voldemorts anderen Reliquien. Darf ich das sich im Zimmer ausgebreitet hatte. Es war erst fünf Uhr, aber das war ihm egal. Wie viel schwarze Magie hast du heute angewandt? fragte Severus mit zusammengezogenen Augen. Genug, damit der Job erledigt werden konnte. Severus starrte ihn mehrere Sekunden abschätzend an. Draco, bring ihn zu Bett, befahl er. Harry wollte protestieren, dass er sich selbst ins Bett stecken könnte, aber er entschied sich dagegen. Er konnte sicherlich Hilfe beim Duschen gebrauchen, da seine Schulter trotz der Tränke und der Salbe pochte. Ich bin sauer auf dich, bemerkte Draco nebenbei, während sie die Treppe in ihr Zimmer hochging. Er hatte einen Arm um Harrys Talie gelegt und hielt ihn fest, trotz des Schleims. Ja, das ist in Ordnung, sagte Harry müde. Ich wusste, dass du's sein würdest. Hast du noch mehr Stunts dieser Art vor? fragte Draco. Nicht, wenn du den Samstag dazu zählst. Draco schnaubte sanft. Ja, Samstag werden wir alle in deine Stunts verwickelt sein.